ja einen wunder wunder wunderschön prächtigen herzlich willkommen bei sankt land so ich habe ein bisschen weiter gemacht ich habe auch den mutantenfluss dahinten ich habe kein fenster hier da wo waren das ding da das ist eine insel irgendwo wo gestorben bin habe ich hier weggenudelt gab auch ordentlich guten loot und wie ihr seht habe ich da bisschen was vorbereitet ich weiß aber auch nicht warum ich weiß ob es nur bei mir so ist ist jetzt schon das zweite mal wo ich den spielstand geladen habe und ja wie ihr seht ist hier lauter holz ich weiß nicht ob das ein bug ist weil ich habe hier nur holzstücke jedes mal auch an den selben stellen ich denke mal das sind so gesehen die alten holzstämme die hier waren und deswegen das alles immer respawnt also keine ahnung ob es nur bei mir so ist ich habe auch nichts irgendwie was eingestellt dazu habe ich nichts gefunden ja keine ahnung also an sich bräuchte ich jetzt nie wieder holz sammeln weil das immer wieder kommt und ja keine ahnung ich würde mir kurz sagen ob ihr sowas auch habt oder nur ich weil ich wüsste jetzt nicht woran das liegen sollte so haben wir jetzt noch was und zwar will ich mir jetzt mal warte wo waren das unterbauen war das doch oder ne inventar werkzeuge da reparatur hammer da brauche ich ein seil verpackung was um platzierte objekte wieder im inventar zu ok 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 alles klar also ich brauche reparatur dazu brauche ich ein seil und seil brauche stoff so stoff habe ich auch bisschen gesammelt habe soweit auch hier schöne sachen gefunden ich gucke mal ob ich hier irgendwas reinpacken kann ne ok dann mache ich das hier überlegen ob ich noch mehr mache aber irgendwie ist es mit den kisten mehr platz als wenn ich das rein lege ich glaube hier passen 40 oder so ich weiß es gerade gar nicht mehr also holz mangelt mir erstmal nicht aber dementsprechend paar erdbeeren gefunden natürlich auch weg gesnackt auch bei mutanten da hinten hier das was ich austesten wollte brauche ich wahrscheinlich nicht mehr denn mit dem busch kann ich die holz stemmen immer wiederholen bekomme ich immer holzplanken was wollte ich denn jetzt holen genau den hammer einmal sei da hammer so zack zack lass ich mal da genau so kann ich denn damit jetzt noch alles machen ach hier abreißen ok perfekt das heißt ich kann das sogar noch vergrößern ich würde auch fast sagen dass ich das ganze auch mal mache weil ich brauche enorm viel platz hier dann immer mal ein bisschen holz mit nehmen wir hier bauen holz fundament genau das mutanten ding so dann brauche ich wieder die holz pfeiler zack 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 die sind ja da drauf so hier ist alles soweit genau da brauche ich wieder holz bauen da nehme ich einmal die fenster geschichte 1 da brauche ich nicht so dann brauche ich einmal die wand so jetzt will ich den boden einmal zweimal zack zack den lasse ich jetzt so denn ich will hier sind zwei solven stock bauen holz leider sagt perfekt so denn hier will ich noch so einen kleinen turm bauen so ein aussichtsplatz kommt das ding immer näher näher na ok ne krabbe nice so bauen also holz habe erstmal genug ab unten habe ich ja noch was holz pfeiler hier brauche ich eigentlich nur die wände bauen ich hoffe dass es auch reichen wird 123 so jetzt kommt hier die wand oder ich brauche hier oben noch mal zu aber hier oben könnte das lager zum beispiel hin bauen ich guck mal kurz okay so einfacher grill okay machen wir mal perfekt so das kann ja erstmal so alles bleiben das ist ja vollkommen bumms egal ich brauche erst mal metall bauen grill zack kann ich hier irgendwas warte mal wo ist es dann wird auch mal von gegenständen ich weiß gar nicht ob das hier mehr platz hätte hier so metall fass das muss ich mal gucken vier komponenten brauche ich habe ich das eventuell irgendwo sieht zwei stück habe ich lege ich mal hin so ok dann ruhig noch kurz mal wasser ich will mal was austesten krabbenfleisch jetzt kann ich doch bestimmt grillen das ding tatsächlich ich bin mal gespannt oder ich mache hier oben eine pflanzen ecke das klingt nach einem plan also ein grill ist für ein ok für eine zutat ok gut zu wissen ich gucke mal was brauche ich denn für die pflanzen geschichten metall tor oh man ey reifen stapel weiß nicht wofür ich das hier brauche ähm ist das schon fertig ne ok holz einmal nein was wollte ich gerade nachgucken ach ja hier bauen äh schiff sechs komponenten brauche ich ok oh holzkohle nice hunger oh fett das ist ja mal geil ok problem ist ich habe keine waffen gar nichts muss noch kurz mal ausschau halten ob irgendwas gutes in der nähe wäre da war ich das scheint mir hier am nächsten zu sein beziehungsweise das da hinten ähm bogen oh perfekt ich könnte mir einen bogen machen was brauchte ich seil da brauche ich stoff doch hier einmal so dann baue ich mir einmal den holzbogen oh da sind sogar sehr viele pfeile geil ich knall die erstmal alle rein so passt perfekt so die eins zwei drei vier fünf hundert schuss passt ähm ich lege aber zur sicherheit mal welche hier rein okay so ist es schon fertig ne fast so das wäre hier näher das sieht auch wieder nach so einem scheiß mutanten ding aus ey habe ich hier vielleicht paar komponenten oh oh okay scheint alles clear zu sein da unten schwimmt noch was komponente perfekt so okay wir jetzt zurück gucken oh hier ist ja was dann mäßiges zack holz so komponenten eins okay ich habe kein fernglas schauen wir mal da oben ach da waren sie okay wegen dem schatten war ich ein bisschen irritiert was ist das denn rotalge okay was zum geil ist ein rotalge also klar algen ja aber hä hunger ach so zum essen okay so ähm ja da habe ich jetzt vier bauern bauern kurz gucken was mir ist so ein forschungstisch vier ok da habe ich sogar alle perfekt forschungstisch kommen wir zu papa 1 ähm holz und metall bauern bauern ach noch einmal so da forschungstisch knall ich mal hier hin so was kann ich da forschen ach du leck mich am arsch fischernetz auf glas wand oh gott rüstung joo das könnte ich sogar ich hier oh das könnte ich sogar hier so ein schrotthelm glas ok ohne armbrust schritteisensperr 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 uha das ist wahrscheinlich tier 1 und das tier 2 tier 3 tier 4 oh gottes willen ey eine wand falle im kühlschrank schritteisensperr ok ohne schöne geile metall axt das könnte ich mir forschen ähm seilschrott das ok ja mein stoff schrott holz also ja da war ja was seil so und jetzt kann ich das hier bauen oder was äh metall axt oder brauche ich sogar zwei oh das mache ich mir aber auch auf jeden fall ähm zack ich hoffe ich kann so eine baumwollplantage irgendwie machen äh äh ach shit ist er hier reingelegt ne äh äh schrott und holz bäm so zack oh ne so einmal das legen wir mal hier hin und die schöne metall axt nice oh das sieht schön aus was gibt es denn noch armbrust ja da wollte ich die komponenten das wird nichts aber ich könnte mir so ein schrotthelm rüstung 5 ähm so unter rüstung ist es bestimmt ne da zwölf stück ok oh ne falsch 6 da perfekt soo dann jawoll nice nice bisschen ausgestattet hier sieht nach ok sieht fertig aus jo so was snacken also ich bekomme immer zwei zurück habe ich das gefühl reicht aber auch aus genau das will ich jetzt mal machen ok das heißt ich müsste bäume fällen damit das immer nach wächst aber ich mache das lieber mit erdbeeren jetzt hier zack ok ok ich will macht schon bock also kann man nicht anders sagen nur problem ist ich habe hier stocken im verkehr und ich weiß nicht ob ich gegen die da ankomme ich glaube eher weniger glaube die werden mich eher zerficken als alles andere ok ist da ein fetter hai oder was ok ok da kann ich metall abbauen wahrscheinlich oder nein hier sind muscheln ok ok da kann ich nichts machen hm ok also so jetzt bin ich überlegen wie mache ich das am besten ok 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 ich weiß nicht was sie für eine range haben ich weiß nicht was sie für eine range haben ok 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 ich brauche unbedingt eine schwimmflosse ich glaube ich muss man eine runde angeln gehen noch hoffen dass er es hinkriege aber seit wann steht ein zweiter baum habe ich nie abgefällt wo kommen die ganzen stemme her verstehe ich nicht weiter so angel wo habe ich jetzt hingelegt einmal war habe ich nie angel hingepackt habe ich hier verloren wo ist die verdammte angel wo ist man einmal das verstehe ich gerade nicht ich hatte doch eine angel gehabt seil und holzplanken wieder inventar seil zack zack angel werkzeuge so angehen wir mal eine runde so gucken wir mal das dauert nicht allzu lange bis ich die ganzen fische habe da hinten ist ein fass alter also noch enger könnten jetzt halt nicht machen motel steht da oben drauf es gibt es doch nicht der hat bäume das ist bestimmt jemand der für sachen verkauft endlich roter schnapper die stadt also die ist gar nicht mal so klein das ganze tapon roter schnapper marlin fischhaut wo kriege ich so ein marlin fischhaut also ich weiß nicht wie ich die sonst für zerschneiden soll oder ach nee das sind doch glaube ich unten diese viecher ne sind das nicht diese schwertfische aber muss ich davon jetzt besiegen oder was jetzt klappt ja da muss ich gleich mal wahrscheinlich dann fische jagen am liebsten will ich ein eisensperr irgendwie machen ich guck mal kurz weil da müsste ich mal beim nächsten mal vorbereiten dass ich mir so ein eisensperr forscher und das dann zusammen bastel ich lege mal das essen hier rein prophylaktisch soll ich da so hinkriegen müsste ich da mal austesten schon wieder also kann auch sein dass es so sein soll dass die angeschwemmt werden aber in sohn haufen von holz sehr unwahrscheinlich aber es läuft es wird immer besser es geht immer weiter voran als nächstes wenn ich darüber zur motel gehen werde wieder ein bisschen vorbereiten das ganze und bin mal gespannt was ich da antreffen werde das sieht eher nach ich kann ich ranzummen das sieht eher nach sowieso ein metallding aus also hier so ein erz gedönse ich frage ich wann die ersten bauern vorbeikommen und mich angreifen das ich habe keine ahnung wie das funktionieren soll ja dann muss ich mal hier scheiße holzbarrikaden drauf ballern ok respawn immer ok gut also häuschen ist größer da sieht schon mal gut aus irgendwann wie das noch alles auf metall umbauen ich weiß nicht ob ich das irgendwie einfach so drauf stellen könnte wäre natürlich geil aber ja als allererstes ich brauche sehr viele komponenten gerade für mein boot ja das wird zeit gekommen gut also da würde ich sagen bedanke mich fürs dabei sein wünsche euch ein wunderschön prächtigen das gern mal like und abo da und dann sage ich ich schimmel euer keule ciao ciao